Hallo, eine bedruckte Tasse ist nach wie vor ein sehr beliebtes Werbemittel. Worauf man achten muss und worauf es ankommt, erzähle ich in diesem Video. Wir bedrucken unsere Tassen im hochwertigen Sublimationsdruck. Das bedeutet, die Farbe wird im gasförmigen Zustand auf die Tasse übertragen. Mit unseren hochwertigen Tassenpressen produzieren wir Aufdrücke in Fotoqualität. Nicht nur die Optik des Aufdrucks ist ein Qualitätsmerkmal der Tasse, sondern auch die Haltbarkeit. Unsere Tassen halten mehr als 2000 Spülmaschinengänge und sind auch Mikrowellen geeignet. Hast auch du Interesse an Werbetassen, dann findest du auf unserer Webseite ein Bestellformular. Einfach ausfüllen, ankreuzen und verkümmern uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.